Herzlich Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Hier ist euer Blanketbänken. Willkommen zurück. Ihr hört mich schon ein bisschen lauter hören. Sie werden ein bisschen anders hören. Das hängt damit zusammen. Das hängt damit zusammen, dass ich sozusagen alles schnell machen musste auf dem Rechner und demzufolge alles nur einstellen musste. Demzufolge könnte es passieren, dass ich mich wenigstens anders höre. Oder lauter oder keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, die Schuhe passen noch mal, Junge. Mein Lieber Schallie. 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 So, ich bin noch immer rein. Ich bin noch immer rein eingestellt. Ja, ich bin noch immer rein eingestellt. So, mal ganz kurz Kopfhörer, sonst wird das Auto bestoppelt. Was wollt ich denn überhaupt hier? Hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon, denn hier haben wir uns eingesammelt. Genau, hier haben wir uns die Tower Maske eingesammelt. Könnte man sehen, das ist lange nicht viel. Das hier ist lange. Wieso musst du denn überhaupt hingehen? Hier. Optional, find einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Wasserfall, Wasserfall, Wasserfall. So, warte mal, da ist der jetzt jetzt aufgegangen. Hier waren wir jetzt schon. Also ich konnte jetzt wenigstens länger tauchen. So. 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 Ich wüsste gerade nicht mehr welchen Mauerweil. Das ist ein gutes Lager. 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 Kugelhaie sind die schlimmsten. Ah, da hinten waren wir noch nicht. Ich fahr aber auch nicht. Ich fahr aber auch nicht. Man kann aber auch nicht schwer finden. Das ist ja schon das nächste. Obwohl man halt ein Taxi mal lang fahren kann. Finde einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Finde einen Weg zum oberen Ende des Wasserfalls. Ja, das ist ja schon. Es ist ein Blut. Ich habe einen Blut in die Hand. Der Blut ist echt gut. Ich habe eine Blut zu sehen. Ich habe eine Blut zu sehen. Das ist ein Blut. Sooo Ich kann nicht mehr so lange mehr tauchen Gut, die Aktionale machen wir später mal Das suchen wir später noch zusammen Wollen wir direkt mal kurz Hallo sagen? So, noch schauen Also Schutztruppen, unser Angriffsplan ist einfach Hallo Sprung nach Skog City Wir ballern ihnen die Kugeln um die Ohren Nehmen Dreck fest und sind rechtzeitig zu Hause für Waffeln Ja, ja, Waffeln Ah, das ist gut Moment, das ist der Plan? Ja, das ist er Verzeihung Captain, aber Dreck ist sehr gerissen Er ist sicher auf einen Angriff vorbereitet Ich finde es ausgesprochen lobenswert, dass du deine Hausaufgaben so gründlich machst Aber große Helden tun große Taten Lasst uns abstimmen Wer dafür ist, dass wir Dreck mit einem riesigen Arsenal die Tür eintreten und einer Galaxie im Chaos in Frieden bringen, sagt Ja Ja Und wer meint, wir sollen hier die Zeit mit Kuchengrafiken vertun, sagt Nein Nein Antrag angenommen, wir greifen Drag Industries heute an Waffen bereit machen Schutztruppen Anzug anlegen und ab zur Luftschleuse am Heck In Ordnung Team, jetzt geht's los Denkt dran, unser Ziel ist der Vorsitzende Drag Bereit Schutztruppen? Ich zähle bis drei Drei Bleib dran Kleiner Ok Kumpel, bist du bereit? Tja ich ähm Waaaaaah Juhu Waaau Juhu 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 Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Quartu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funkkontakt. Viel Glück, Team! Drag Industries liegt direkt voraus. Los, weiter! So. Stürmer auf. Kann man denn schon wieder? Nein, was? Plasmastürmer. Was kann man denn schon jetzt? Dumm? Das ist einer unserer Verkaufsschlager. Äh, kreatischer Trefferschaden. Gar nicht schlecht. Tja, jetzt haben wir ein bisschen mehr kreatischer Trefferschaden. Äh, aha. 28.000, naja, da haben wir ihn mal hier. Du kommst, alles aufgefüllt! Entschuldigung. Mir nach! Mist. Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Quartu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funkkontakt. Viel Glück, Team! Drag Industries liegt direkt voraus. Los, weiter! Wuuuuhuuu! Wuuuuhuuu! Irgendwie... Ratchet an Schutztruppen. Ich bin in Quartu gelandet, aber mein Düsenpack Treibstoff ist leer. Brax und ich begeben uns drüben zum Komplex. Wir teilen uns auf und halten über Funkkontakt. Viel Glück, Team! Drag Industries liegt direkt voraus. Los, weiter! So, da ist es. Mir nach! So, da vorne sind Gegner. Ich gebe dir Deckung. Nein! Gegner erledigt! Und die Wohne von Deckung? Das ist die BD-liche Schalter, würde ja warten. Na ja! Ja, ich bin schon immer wieder weg. Ja, ich bin schon immer wieder weg. Vorsicht, da vorne sind Wachen. Angriff! Ich bin schon immer wieder weg. So, ich bin schon immer wieder weg. Ich bin schon immer wieder weg. Noch zwei! So. So, ich bin schon immer wieder weg. Nicht schlecht für einen Neuling. Wo ist denn... Mein Toppenpapent? Äh, nö. Ratchet? Als ich letztes Mal hier war, bin ich durch die Abluftschächte entkommen. Vielleicht können wir durch sie auch in die Fabrik gelangen. Gute Idee, Clank! Ähm, okay. Ich suche immer noch meinen Pottenpackel. Ich suche eigentlich schon den Pottenpackel aufgenommen. Ich suche eigentlich schon den Pottenpackel aufgenommen. Hm. Hm. Und was jetzt? Ich glaube... Hier kann ich helfen. Bei dir ist es nicht. Hier oben. Okay. Der muss ja hier irgendwo rein. Warte mal. Ach, hier oben. Seh mal. Da drüben. So. Passt da drinnen auf dich auf, Clank. Der Clank. Schutztruppen bitte kommen. Ich befinde mich im Lüftungssystem von Drag Industries. Gut gemacht, Kadett. Ich wünschte, ich wäre mit dir in diesem Schacht. Hätte ich bloß nicht diese riesigen Muskeln. Gleich nördlich eurer Position ist ein Sicherheitsterminal. Legt es lahm. Dann können die Schutztruppen in das Gebäude hinein. Ich bin dabei nicht gesteppt, oder? Da ist sehr tiefgeräusch von Karrieremöglichkeitenseite. Nennen sie ihre derzeitige Stellung. Töten. Schutztruppen von bösen Schurken. Besondere Feichtheiten. Aktion, Abkage, Warnrufer, Fleckmixen. Was willst du denn hier? So, was willst du? Irgendwie muss man durch diesen Raum kommen. Warte mal, da hat immer noch was gewesen. Jetzt nehme ich dich mal mit. Komm mal mit hier. Plätze. Zack. Dich nehmen wir mit. Uh, nice. Und dich nehmen wir jetzt mit für wohin? Ähm. Warte, nenne ich ja wohl alles mit hier. An alle Kampfbots. Der vorsitzende Drek bedankt sich für eure harte Arbeit. Darum gibt es heute Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr. 13 Uhr 10 und 13 Uhr 15 Sandwich Eis in der Cafeteria. Außerdem erinnern wir freundlichst daran, dass zwischen 13 Uhr und 13 Uhr 30 alle Kampfbots auf Deck B erwartet werden. Wer nicht teilnimmt, wer nicht teilnimmt, wird umgehend zerstört. Und eliminiert. Okay. Also jetzt verstehe ich gerade Ballenhof. Ach, warte mal. Was ist denn jetzt denn? Und jetzt? Können wir hier gleich. An alle Kampfbots, in euren Systemeinstellungen wurde ein Fehler entdeckt. Die Akkus sollen nicht mit einer Stromschnelle verbunden werden, sondern mit einer Stromquelle. Bitte lasst die Software vom nächsten Techniker aktualisieren. Techniker, der Vorsitzende Drek hat beschlossen, dass Maschinenschreibkurse ab sofort Pflicht sind. Klasse, Maschinenschreibkurse ab sofort Pflicht. Klasse, Maschinenschreibkurse ab sofort Pflicht. Fertig. Schauen wir mal wo wir hin müssen. Schauen wir mal. Ehm, genau. Schere sofort Umblechbüsse, das ist meine letzte Warnung. Und der Typ hier. Ach, undies. Das ist sehr beeindruckend. Wow, das hat nicht funktioniert. Sie hat sich gerade fertig gestartet. Okay. Und letzte? Oh je, sieht gefährlich aus. Mal sehen, ob du auch hier die Lösung findest. So, mal sehen. So, mal sehen. Ich bin hier lang. Ich bin fast da. Aber hier gibt es ein Hindernis. Drecks Assistent Z versucht mich vom Sicherheits-Terminal fernzuhalten. Verstanden. Ich bin hier unten. Helah.